Ja! Baga Bodo und seine Freunde Hey, schöner Tag zum Holzschneiden heute, was? Ja, finde ich auch. Sag mal, wo hast du eigentlich vorher den Benzinkanister hingestellt? Auch da ist mir ein bisschen was beim Holz ausgelaufen. Ich hoffe, das macht nichts. Naja, mit den ganzen Funken hier. Oh-oh, da ist ein Feuer ausgebrochen. Fahren wir erstmal hoch. Feuerwehrmann raus. Feuerwehrmann raus! Oh-oh, da bännt ein Feuer! Da bännt ein Feuer! So, erstmal hochfahren. Maxi, fährst du hoch? Ja. Da bännt ein Feuer! Und jetzt wird das Feuer der Licht. Juhu! Ja, genau. Weiter, fester! Fester! Super! Habe hier das Meer ist? Sehr gut! Da bännt noch ein Teil. Jetzt ist alles aus. Wasser! Und jetzt ist das Wasser genauer aufs Feuer. Jetzt ist es dann schnell, nicht? Noch mehr. Ihr müsst nächstes Mal wirklich besser aufpassen. Das hätte leicht einen Waldbrand geben können. Stimmt, nächstes Mal sind wir vorsichtiger. Naja, dann bis bald, Jungs. Macht's gut! Fertig, Feierabend!